Musik 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 Hallo, ich bin Oli. Ahoja, ich bin Hunza. Ahoja, ich bin Hunza. A mit zwei, wir können als Polizisten spolupraten bei der Sasko-Ceske-Ranice. Hallo nach vorne. Ahoj, subseide. Hallo, ich bin Oliver Winsch und arbeite hier als Polizist im Streifendienst in Annaberg-Buchholz. Im Jahr 2016 bekomme ich ein Angebot von der Sächsischen Polizei, einen Sprachkurs Tschechisch in Prag abzulegen. Und seitdem lerne ich nun schon fast zwei Jahre Tschechisch. Und dank eines gemeinsamen Praktikums bei unseren Kollegen im Nachtverrevier in Weybert und dank gemeinsamer Streifen habe ich nun schon viele Kollegen aus der anderen Seite der Grenze kennengelernt. So auch mein Kollegen Hunza, mit dem ich heute gemeinsam auf Streife gehe. Viel Spaß dabei! Musik 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 Kommer aufher endings Musik Musik Ich bin Honza, ich arbeite hier bei Weyprtech und bin in Polizien 10 Jahre alt. Ich bin Olivera, ein Kollege aus Niemczech, als ich hier war, im letzten Jahr auf der Arbeit. Und aus der Zeit sind wir in Kontakt, mit der Kameradstuhl und der Polizei. Hallo Honzo, wie geht's? Ahoi, gut. Ja, gut. Hast du alles in der Welt? Ja, gut. Ja, ich stehe jetzt hier an der tschechischen Grenze, an der sächsisch-tschechischen Grenze in Weypert. Und mit meinem Kollegen Honza hat alles im Auto, es ist alles vorbereitet und wir können Lot legen. Auf geht's! Okay, die Zeit ist schon wieder vorbei. Ich hoffe, ihr habt einen kleinen Einblick in unsere Zusammenarbeit bekommen. Für mich heißt das aber jetzt nicht, dass alles vorbei ist. Ich kann mich hier auf dem Platz der gemeinsamen Mitte in Weypert, was ebenfalls Förderprojekt der Europäischen Union ist, mit den Tschechen treffen. Wir können mit unseren Kindern gemeinsam auf dem Spielplatz spielen. Oder wir gehen drüben auf der anderen Seite der Grenze gemeinsam etwas essen. In diesem Sinne sage ich schon mal Ahoi und nachs Kletternau! Ahoi und nachs Kletternau! Untertitelung des ZDF, 2020